willkommen zu einer weiteren folge von prince of persia ich kann die kamera jetzt ja die kamera ist manchmal ein wenig ein wenig so was müssen wir jetzt wir waren hier durch und wir hatten eine vision wo wir als nächstes hin müssen und ich habe keine ahnung wo das sein soll ja wie sind wir denn hier reingekommen hier mussten wir doch hin objekt ziehen schieben benutzen bewegen während gleichzeitig spezialaktion rechtsklick gedrückt halt und wofür hat man schon gemacht ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was wir machen müssen was wir gemacht haben hier kann man nichts machen da hat man nichts mitgemacht aber wofür kann man das ziehen schieben uns gedrückt hallo ich kann das nur auf dem jetzt kann ich gar nicht mehr zurückziehen jetzt kann ich auch gar nichts das ist interessant soll ich dann da vielleicht aber nein soll es mal es geht nicht das wollte ich machen um da oben dran zu kommen muss ich hier vielleicht ich habe gerade null ahnung merkt man vielleicht wir sind von da oben irgendwo gekommen und wir hatten als ziel diese wand die wurde uns gezeigt so viel weiß ich noch aber ich weiß nicht ehrlich gesagt nicht mehr ob wir daran was gemacht haben und was es für ein effekt hatte da haben wir gespeichert es ist jetzt aber ja auch hier ist noch so ein ding ich kann ja leider die kamera nicht drehen sich hoch gucken kann oder so ich kann nur so machen da wird aber nichts frei wo ist das andere hier war dann noch da ist noch einer vielleicht wird dahinter durchgang frei ja ja herzlichen glückwunsch sie haben ein preis gewonnen so dann ist hier okay nein das solltest du nicht sollte es das genau und dann solltest du jetzt so darüber so wie ging das hier so ging es sehr schön und was ist das hier jetzt okay war wohl so gedacht da an der wand lang wird wohl herzlich wenig sinn haben hier ja hier auch wieder raus kann ich auf keinen fall gut ach so wenn ich da in die nähe komme verschwindet der oder was das ist ja interessant nein du solltest das das solltest du nicht okay ich könnte was könnte ich denn eventuell könnte ich da an der wand langlaufen und hier jetzt springen jawohl was was kann ich hier okay dann so danke kamera was bist du habe ich das richtig gesehen ist da jetzt eine brücke rausgekommen die aber wieder verschwindet hallo gehst du noch mal da dran gehst du noch mal da dran gehst du gehst du hallo nein so tatsächlich ach du scheiße kamera vielleicht kann ich das so besser ach die geht erst wieder rein wenn ich wieder los lasse oder was okay hat gerade so geklappt gott sei dank ich dachte ihr wird einer von denen helft ihr mir das verteidigungssystem zu aktivieren wir sind beide dazu nötig ich setze die achsen zurück der mann der das normalerweise macht ist ach egal was ist benutzt die beiden kurbeln um sie wieder hoch zu fahren seht ihr die vier achsen ihr müsst sie alle vier eine nach der anderen aufnehmen dann müsst ihr sie zusammen nach oben bringen achtet auf die reihenfolge in der ihr sie aufnehmt woher soll ich denn die reihenfolge wissen in der ich die aufnehmen soll ach so moment wo sollen die denn hin da rein oder was ach das ist das ist der startpunkt ich hätte jetzt gerne maus zeiger wo ich zeigen könnte was ich denke da oben das sind ja ja mondphasen sag ich mal das ganz oben das da unten sind die vier achsen die runden dinger und das dazwischen die striche das sind wohl die wege die ich die achsen bringen kann ach auf den achsen sind auch noch die mondphasen äh und das kann ich hier auf den achsen nicht sehen oder was welche mondphasen welche ist ich kann mich gar nicht ach so da war der schalter jetzt im weg gut so ihr habt die erste nun nehmt noch die drei anderen denkt dran achtet auf die rillen ja ja das habe ich mir schon gedacht ich achte auf die rillen aber what the fuck so wird ist denn hier okay was ist hiermit du machst genau die eine kurbel dreht die plattform die andere hebt und senkt sie okay äh welchen habe ich denn den da habe ich der ist ist der auch drin schon ja der ist drin okay ähm ich habe den vollmond ich kriege den die mondfinsternis wäre dann das da also muss ich nochmal nein falsche richtung andere richtung noch kann ich nicht ich will mit dem dahin kann ich nicht muss ich die extra vorher schon hochfahren oder was hallo ich habe den vollmond der muss auch gerade hoch also so jetzt theoretisch ja einfach nur noch hoch immer wieder immer wieder immer wieder warum zeigst du mir das jetzt hallo aber ich konnte nicht so drehen wie ich wollte okay ja hör auf mir das zu zeigen okay dann geht das denn auf gut deutsch das war falsch aber da ist doch ich würde sagen das ist aber auf der richtigen höhe oder bin ich zu hoch ich muss noch eins runter und soll die hier als letztes nehmen oder so wird wir natürlich auch noch denkbar aber es ging ja eben nicht so halbmond müsste dahin dann drehen wir hier mal genau halbmond auf halbmond da sind ja sogar die richtigen symbolen ist nicht halbmond auf halbmond auf halbmond auf halbmond da muss ich hin da muss ich hin sag da überlegt was ihr tut war wohl auch falsch war wohl auch falsch aha also soll ich erst noch einen runter nein runter zeigt mir das doch nicht jedes mal so hallo muss ich aber noch einen runter dann müsste aber das kann ich nicht die fläche muss nach da das kann ich jetzt aber gar nicht machen weil ich das ja schon aufgeladen habe wenn ich welche weise zum drehen die nein das ist hoch und dann ich muss also die noch mal abgeben so und dann muss ich drehen es war eine falsche richtung aber ist in ordnung worum geht es ja theoretisch auch so und dann ist es richtig aber 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 okay ich glaube ihnen den trick jetzt mal aber warum verstehe ich nicht wenn ich was sagt er mir wenn ich das jetzt will das geht wahrscheinlich nicht ja das geht gar nicht erst habe ich mir ja gedenkt so das geht das lässt er mich ja auch machen dann ist es mir allerdings ein rätsel das geht ja jetzt nicht und noch weiter drehen kann ich auch nicht und die schon weg bringen kann ich auch nicht ich bin gerade total überfordert yahoo alles 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 Untertitelung des ZDF, 2020